Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich Willkommen beim neuen, es ist immer noch ein Aktien-Podcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist, auch wenn man es nicht wirklich noch erkennt, Philipp. Und mein Name ist immer noch Marcel. Philipp, du siehst hervorragend aus. Alle, die uns auf YouTube gerade anschauen, wissen, dass du heute ganz besonders auch gekleidet bist, passend zum Thema. Heute ist die Folge Nummer 159 und es geht um Walt Disney. Genau, heute steht ja in den Überschriften irgendwie sowas, dieses Unternehmen wird den Streaming-Krieg gewinnen oder sonst irgendetwas. Wir brauchen natürlich die Teaser, damit viele da sind. Wenn du neu bist hier auf diesem Kanal oder uns als Podcast-Tour, schau mal in die Shownotes. Da findest du den Link zu YouTube, weil es lohnt sich definitiv heute dabei zu bleiben. Ich habe hier eine Tüte. Ihr seht es, ich war im Disneyland, ihr wisst es ja auch, ihr folgt uns ja auch auf Instagram. Ich habe einiges mitgebracht, Marcel. Du warst auf Dienstreise. Ich war auf Dienstreise. Wir hauen heute richtig viel raus. Die Ohren gehören meiner Frau. Die setze ich jetzt auch wieder ab. Wir wollen ja wieder ein bisschen seriöser werden. Okay. Und dazu muss man aber tatsächlich sagen, wir haben zwei mega geile Pakete, die wir hier verlosen. Also es lohnt sich, uns zu abonnieren, zu kommentieren, zu teilen, zu folgen oder sonst irgendwas zu machen. Des Weiteren, Marcel, haben wir auch noch hier die nächste Branche, die wir auch ziehen für unser MVI Depot und du wirst es nicht ahnen, es ist jetzt Donnerstag, 20.37 Uhr, wir nehmen auf und ich bin heute Morgen um 7 Uhr losgefahren. Für alle, die fragen, mit dem Tesla, dreimal geladen und soll ich nochmal kurz überschlagen, was die ganze Fahrt eigentlich gekostet hat am Supercharger. Du kannst mal gucken, wie viele Kilometer sind es von Leipzig bis nach Paris und geladen habe ich für exakt 25 Euro plus 50 plus 25. Also für 100 Euro sind wir gefahren mit dem Auto von hier nach Paris. Es sind 1000 Kilometer, also 69. Geht, oder? Geht doch voll klar. Für 100 Euro? Können wir schon mal machen. Also deutlich günstiger als Benzin. Na ja. Oder? Ähnlich. Ähnlich. Je nach Verbrauch. Na gut, je nach Verbrauch. So, was habe ich denn noch alles mit? Ich habe nun nicht nur coole Sachen mit, des Weiteren müssen wir sprechen über die Chip-Industrie, über den Fear and Greed Index, weil das ist immer ein schöner Indikator. Viele fragen immer, Mensch, wann donnern denn eigentlich die Kanonen? Mit diesem Indikator werden wir es dir vielleicht zeigen. Ich habe neue Fantasien für eine Aktie dabei, die wir beide auch in der MVE Holding haben, nämlich die Aktie von Lemonade. Und dann habe ich als Top der Woche eine Branche, die meines Erachtens nach gerade völlig abgestraft wird. Und hier könnte man vielleicht mal anfangen, erste Position aufzubauen. Als Flop habe ich einen Penny Stock, eine 5-Cent-Aktie. Ich wusste gar nicht, dass dieses Unternehmen noch gehandelt ist. Dann sprechen wir natürlich über die Walt Disney Company, über die Eindrücke von Disneyland in Paris. Als Investment-Idee haben wir beide eigentlich eine gemeinsam, die habe ich an dich abgetreten. Okay. Und habe mich ja noch mit einem anderen Unternehmen die Woche beschäftigt. Sehr gerne. Was hast du uns denn heute eigentlich alles mitgebracht? Ja, bei mir geht es erstmal um Unternehmensmeldungen, also wie angekündigt die Quartalszahlen, die natürlich diese Woche schon rasant Fahrt aufgenommen haben. Außerdem schauen wir uns mal die Tabakbranche an. Dort gibt es einiges, was sich verändert. Es gibt eine Partnersuche. Ein Gigant sucht einen Partner. Gigant sucht Partner? Bitte? Gigant sucht Partner. Ja, genau. Nein, also interessante Partnersuche. Dann mein Top der Woche sind, ich sage mal, die Gemeinsamkeit von Fresenius, Swedish Match und Salesforce. Ja, also hier kann man erstmal jetzt natürlich drüber nachdenken und grübeln, was das sein könnte. Und, naja, dann gibt es noch einen sehr, sehr floppenden IPO und auch das wird heute noch Thema sein. Wie war deine Woche? Ja, wie war meine Woche? Wie war es denn jetzt noch? Also wir waren in Paris, schöne Stadt, nette Menschen, also war super angenehm. Dann waren wir im Disneyland, auch wir haben es geschafft, alles zu fahren. Ich werde nachher noch ein bisschen erzählen, was mir wieder aufgefallen ist. Wir Deutschen müssen echt mal ein bisschen entspannter werden. Das ist, also diejenigen, die du meckern gehört hast, ich weiß, also man hört es ja so, ich kann kein Französisch, ich kann auch kein Italienisch. Aber immer wenn irgendwo ein bisschen gemeckert wurde, auch ganz lustig, ich war mit meiner Frau bei Starbucks frühstücken. Und der Starbucks war, er war nicht voll, er war leer. Ja, und die Schlange war lang, viele haben to go gekauft und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, setz dich schon mal hin, ich bestelle das so. Alles bestellt, zweimal, dreimal hin und her gelaufen. Da saß am Nachbartisch eine Familie, ich sage jetzt nicht, aus welchem Land sie gekommen sind, aber wir konnten die Sprache verstehen. Und da haben sie sich erstmal aufgeregt, wie unverschämt man doch sein kann, dass einer in der Schlange steht und jemand anders sich schon einen Platz reserviert. Ach, das gibt es doch nicht. So. Egal. Egal. Also ich hatte schon hier, ich hatte Puls. Meine Frau hat gesagt, sagt nichts, weil ich mag ja sowas gar nicht, weil es kann ja auch immer mal sein, dass irgendein Mensch nicht in der Lage ist, lange zu stehen etc. So und dann war dort ein Mitarbeiter mit Handicap, super netter Kerl, jeder ist reingekommen, Bonjour, er hat die Leute verabschiedet und sein Job war es dann, die Tische abzuwischen, abzuräumen und so ein bisschen zu fegen. Und dann ist er halt an unseren Tischen vorbei, er hat gesagt Bonjour und hat ein bisschen rumgefegt und total liebevoll, da sagt diese Frau, ja, manche Leute müssen sich halt immer ihre Arbeit immer vorsagen, bevor sie wieder zu dämlich sind, es weiter auszuführen. Wow. Ja, super nette Menschen gibt es. Ey. Erschreckend, ne? Ey. Boom. Meiner Frau zuliebe habe ich dort keine Szene gemacht in diesem Starbucks. Also was soll denn sowas? Ja, traurig, traurig, wie man sich mal präsentieren kann. Also wenn sie zuhören, wenn sie uns nicht erkannt haben oder mich erkannt haben, ihr liebe Familie, Starbucks im Disneyland Paris, morgens aus Good Old Germany. Ja, ekelhaft. Ekelhaft. Und das Schlimmste war, die Kinder haben mitgemacht. Die Kinder, die sie, aber das ist natürlich das, was die, genau, der Apfel und Mann, 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 Mann. Okay, dann lassen wir das lieber hinter uns und starten in den Unternehmensmeldungen. Und zwar geht es los und da fangen wir direkt an. Du hast es schon angesprochen, Tesla. Hier war natürlich ein Quartal relativ spannend. Natürlich hier der Umsatz auch wieder stark angestiegen mit 21,45 Milliarden Dollar. Kann sich das sehen lassen. Nochmal 21,45 Milliarden. Das ist schon wirklich auch absolut eine echte Größe, wenn man überlegt, wo das Ganze mal gestartet ist. 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und erwartet waren 22. Das war also ein bisschen enttäuschend. Man hat hier um 550 Millionen Dollar verfehlt. Der Gewinn mit 3,29 Milliarden Dollar aber wieder richtig stark. Und da hat man auch ein 50 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal hingelegt. Die Aktie eben trotzdem unter Druck. Mittlerweile an diesem Tag, an diesem Aufnahmetag, minus 7 Prozent. Der Ausblick für das Q4, und da nehme ich jetzt mal die Worte von Elon Musk, wird ein rekordbrechendes Schlussquartal. Betonung auf eine exzellente Nachfrage. So zumindest der CEO von Tesla. Und da können wir gespannt sein, ob das eben auch so mit hinkommt. Tesla ist mit dem Aktiencheck am Sonntag. Also da gerne einschalten. Einer von fünf Unternehmen, die wir unter die Lupe nehmen. Was, Tesla ist mit dabei? Ja, Tesla ist mit dabei. Ich freue mich. Ja, siehst du, Überraschung für dich. Willst du mal kurz erzählen, du hast ja gesagt, hohe Nachfrage. Wie oft hast du diese Woche bei Tesla nachgefragt, wann dein Auto kommt? Ich habe nachgefragt, ob ich tatsächlich schon bestellen soll oder irgendwas machen soll. Ende November läuft mein Leasing aus. Ich muss also etwa an dem Zeitraum ein neues Auto holen. Und tatsächlich soll ich noch ein bisschen warten, bis meine Bestellung komplett ausgelöst wird, weil ich sonst zu früh mein Fahrzeug bekomme. Und niemand möchte zwei Autos bezahlen. Das ist die German Angst. Ich hatte das auch. Ich habe, glaube ich, so diesen Mitarbeiter. Und aktuell weiß man nicht. Es gibt ja andere, die warten sehr, sehr lange auf ihr Fahrzeug mittlerweile. Und deswegen denkt man das gar nicht. ASML hat ebenfalls Zahlen gemeldet, früh oder frisch am Anfang der Woche. Mit 5,8 Milliarden Euro hat man hier auch ein tolles Ergebnis erzielt. 5,4 Milliarden waren es noch im Vorquartal. Die Bruttomarsche ist gestiegen von 49,1 auf 51,8. Das ist wirklich sehr, sehr deutlich, muss man sagen. Auch gerade mit dem ganzen Umfeld, den es gerade gibt. Der Gewinn bei 1,7 Milliarden, auch das sind nochmal 0,3 Milliarden mehr als im Vorquartal. Und der CEO Peter Wennig, der weist auf das schwierige Umfeld hin. Und das finde ich sehr, sehr verantwortungsvoll. Das ist genau das, was wir vor ein paar Wochen bei UPS als Flop angesprochen haben. Dass UPS dann eher bei den Quartals miteinander wirklich wahnsinnig verfehlten Überraschungen kommen. Und hier sagt der CEO schon mal, ja, so langsam sehen wir, dass die Nachfrage-Dynamik etwas nachlässt. Es ist zwar immer noch hoch, aber es lässt eben nach, weil eben auch das Umfeld und auch gerade die Halbleiterbranche ein bisschen unter Druck geraten ist. Der Ausblick für das letzte Quartal, 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro. Auch das weiterhin starkes Wachstum. Und wie schon erwähnt, die Nachfrage ist schon noch hoch. Die Bücher sind voll, aber man merkt trotzdem hier und da. Ich meine, die CEOs reden natürlich auch in der Branche mit Kollegen und hat dann natürlich auch etwas mehr Einblick auf die zukünftigen Quartale, die eben hier anstehen. ASML, bist du überzeugt, oder? Ja, definitiv. Kurze Frage jetzt mal an dich. Wenn man jetzt, also persönlich glaube ich, wir werden es auch gleich, ich werde ja gleich nochmal über die Chip-Industrie sprechen. Ich glaube, das ist jetzt wieder so ein bisschen auch so ein Vorbote. Ich bin nicht so optimistisch. Man merkt einfach, die Preise fallen, die Frachtpreise fallen, die DRAM-Preise fallen auch, also die ganzen Preise der tatsächlichen Chips. Wie gesagt, gleich dazu nochmal mehr. Kurz bis mittelfristig, also kurzfristig glaube ich, würde ich jetzt hier nicht einsteigen. Da glaube ich, gibt es attraktivere Chancen am Markt. Wenn jemand sagt, Marcel, ich steige jetzt auf Sicht von sechs Monaten ein, würdest du sagen, alles klar, auf geht's, Chip-Industrie? Ich würde sowieso sagen, nicht auf Aktien, bei sechs Monaten. Okay, aber tendenziell würde ich sagen, okay. Er möchte ohne Chart-Technik einen Trade machen. Ja, nee, das ist richtig. Dann würde ich wahrscheinlich auch eher andere Branchen, wobei es ist natürlich sehr schwer. Aber es hat sich hier wieder schön angekündigt, muss man auch sagen. Vor einem Jahr war die Aktie noch bei fast 800 Euro. Jetzt sind wir bei 444 Euro. Das sind minus 32 Prozent. Das musst du erst mal aushalten. Das stimmt, ja. Wer da im Hoch einsteigt, aber auch selbst das muss man sagen, ist ja eigentlich okay. Denn man muss ja hier auch erwähnen, dass ASML weiterhin volle Auftragsbücher hat. Genau. Und wenn irgendwo in der Branche als allererstes etwas zu spüren ist, dann müsste es eigentlich bei ASML sein. Wird aber hier wahrscheinlich relativ robust verlaufen, weil man eben diese Werke insgesamt neu ausstatten muss mit diesen neuen Geräten, diesen EUV-Geräten, die wir schon mal angesprochen haben. Diese dürfen aber nicht nach China geliefert werden. Aktuell nicht, nein, das stimmt. Da würde ich auch, also da ist sehr viel Unsicherheit mit. Ich glaube, da ist viel. Ist da Taiwan mit included? Das ist eine gute Frage, ne? Nee, die nicht. Die nicht. Ja, eben. Aber zu Taiwan kommen wir gleich ab. Okay, dann will man nicht zu viel wegnehmen. Netflix hat ebenfalls Zahlen gebracht und die waren fulminant stark, muss man sagen. Ja. Netflix ist zurück und hat wieder Abos gewonnen. 2,4 Millionen neue Abos statt eben den erwarteten 1 Million. Das führte schon zu einer Überraschung. Der Ausblick mit knapp 4 Millionen neuen Abos im letzten Quartal diesen Jahres sind nicht ganz ohne, muss man sagen. Also da bin ich gespannt, ob man das erreicht. Reed Hastings, der CEO, ist zuversichtlich, dass es jetzt das Ende der schrumpfenden Abos war. Hat natürlich jetzt auch, ich sag mal, gute Gründe, so eine steile These zu bringen. Denn aktuell werden natürlich die Zweitkonten, werden jetzt natürlich, naja, aufgesplittet. Jetzt muss man mal schauen, wie das funktioniert. Man will angeblich gute Angebote schaffen für, naja, geteilte Accounts, die man vorher zusammengenutzt hat, dass man die eben dann doch wieder teilt. Kann wahrscheinlich auch alles umziehen. Also sprich, dass man jetzt kein neues Konto eröffnen muss, sondern kann im Prinzip hier dann auch einfach, ja, einen gewissen Teil mitnehmen. Also was man eben mag, dass man den Algorithmus im Prinzip mitnimmt. Das ist schon gut. Und das Werbemodell, wie angesprochen, wird natürlich ausgerollt. Der Gewinn und Umsatz konnten beide deutlich die Erwartungen übertreffen. Die Aktie stieg um 13 Prozent nach oben, ist charttechnisch demnach zufolge ausgebrochen und hatte ja vorher schon eine ziemlich, ja doch charttechnisch ziemlich stärker ausgebildet. Sie war relativ robust im Vergleich zu anderen Werten, die deutlich stärker abverkauft wurden. Und jetzt sieht man eben diesen Auftrieb der letzten Wochen, hat eben dazu geführt, dass der Kurs ausgebrochen ist und jetzt tatsächlich weiter mit Rückenwind in das nächste Quartal starten wird. Was mich ein bisschen skeptisch macht bis jetzt ist, dass die, klar, Year over Year sind sie gewachsen, aber der Umsatz geht zurück. Und da habe ich ein bisschen, also auf Quartalsbasis, ich habe es gerade mal offen, also wir hatten im Dezember 2021 hatten wir 7,7 Milliarden. März hatten wir 7,8, das ging nochmal hoch. Juni 7,97 und jetzt im September, trotz mehr Abos, 7,925. Ja, das können natürlich auch weltweit. Das können Währungseffekte sein, zum Beispiel, also aktuell starker Dollar. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, zum einen, weil das ist wirklich enorm, was die Währungseffekte hier mit. Ich bin gespannt. Ja, das wird daran liegen, weil das sieht man auch bei anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Johnson & Johnson, die ich heute auch noch mitgebracht habe, die auch sehr, sehr solide und starke Zahlen gebracht haben. Aber eben ohne Währungseffekte viel deutlicher gewachsen wären. Also hier sieht man auch eine wirklich große Lücke. Die Johnson & Johnson Zahlen sind trotzdem gut angekommen, muss man sagen. Aber ohne den ganzen Wechselkurs oder die ganzen Währungseffekte hätte es hier zu deutlich höheren Wachstumsraten geführt. Auch bei Lockheed Martin konnte man das gut beobachten. Dort hat man auch ein starkes Quartal. Der Umsatz, der wurde zwar leicht verfehlt, aber man hat das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 14 Milliarden Dollar gleich mal aufgestockt. Ich glaube, das läuft ganz gut im Moment. Das ist ziemlich heftig. Und ja klar, jetzt sind natürlich hier die Auftragsbücher voll. Außerdem eine Überraschung, den möchte ich auch nicht ganz unerwähnt lassen in dieser Folge. Intuitive Surgical. Hervorragende Zahlen, tolles Wachstum präsentiert. Auch hier sieht man, dass die Währungseffekte natürlich weiterhin Gegewind bedeuten. Der Umsatz und Gewinnerwartungen wurden zwar getroffen, aber waren auch eher im einstelligen Bereich. Aber ganz wichtig, das Da Vinci-System, das ist ja der Roboter, den sie hauptsächlich verkaufen, der wuchs tatsächlich um 20 Prozent. Also hier hat man richtig viel rausgegeben und die Aktien demzufolge auch 13 Prozent im Plus, weil das natürlich insgesamt gute Nachrichten sind und sobald auch die Währungen wieder so ein bisschen normal verlaufen sollten, wann auch immer das ist, dann wird das natürlich hier auch nochmal schön Rückenwind geben, weil natürlich dann auch die laufenden Kosten, wie gesagt, Umsatztreiber sein könnten. Außerdem noch eine Unternehmensmeldung, die relativ frisch reingekommen ist und zwar Super Microcomputer. Dein Liebling. Hier schon öfter erwähnt, haben zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose deutlich angehoben. Und das tatsächlich, wie gesagt, schon zum dritten Mal. Das ist wirklich faszinierend in diesem Umfeld. Die Aktie startete mit plus 18 Prozent. Natürlich ging dann im Laufe des Tages ein bisschen die Luft raus. Der Nettoumsatz für das erste Geschäftsquartal, also sprich jetzt ist das neue Geschäftsjahr, wird von 1,78 bis 1,82 Milliarden Dollar angehoben auf dieses Niveau. Und von 1,52 bzw. 1,62 Milliarden Dollar, also hier deutlich mal 20, ja um 200 Millionen angehoben. Das ist für ein Quartal schon echt stark. Und auch die Gewinnspanne wurde deutlich angehoben um fast einen Dollar die Aktie. Also auch hier enorm Rückenwind. Und die Ursache ist einfach, dass man hier neue Kunden gewonnen hat. Und dass man natürlich weitere Angebote machen konnte. Man startet ja Rechenzentren aus. Und das ist weiterhin einer wirklich sehr, sehr starken Nachfrage. Der Umsatzplan, 6 bis 7 Milliarden Dollar im Jahr im Geschäftsjahr 2023, das jetzt begonnen hat, ist geplant und scheint auch zu klappen. Und die aktuelle Bewertung ist bei 3,4 Milliarden. Das heißt, hier haben wir ein KUV von 0,5 für das laufende Geschäftsjahr. Weiterhin eigentlich ein attraktiver Preis. Deswegen könnte die Aktie weiterhin auch gut laufen. Ich bin gespannt. Ich bleibe natürlich investiert. Und ja, würde hier trotzdem jeden Anstieg tatsächlich auch einfach mitnehmen. Was ich super interessant fand jetzt von deinen Meldungen her. Du hast ja gerade gesprochen über Johnson & Johnson. Und Johnson & Johnson wird sich ja aufspalten. Genau. In drei Unternehmen. Und ich bin total gespannt, weil ich glaube, Johnson & Johnson lebt davon, dass sie Konsumgüter haben, dass sie Medizintechnik, dass sie Pharma haben. Und wir wissen selber, Pharma-Werte können schnell springen, aber auch relativ fallen auch, wenn mal ein Misserfolg ist. Und das wird viel klarer werden. Also ich glaube tatsächlich, die Johnson & Johnson, diese Pharma, die übrig bleibt, wird ein viel volatilerer Wert werden. Und ich bin ja ein riesen Fan. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nur diese Pharma-Sparte haben wollen würde. Also wenn man jetzt überlegt, in ein, zwei Jahren kaufe ich Johnson & Johnson, ich glaube, da wird was fehlen. Kann ich dich aber beruhigen, es sind nur zwei Unternehmen, die sie aufspalten. Ach ja. Stimmt. Also Healthcare bleibt dabei. Also nicht Healthcare, sondern Medizintechnik und Pharma bleibt in einem. Ah, na das war natürlich immer interessant. Genau, finde ich eben deswegen. Ich dachte, sie hatten erst Pläne für. Nein, nein, sie haben nur die, tatsächlich die Konsumgütersparte abgeschaut, weil sie eben nicht so stark wächst. Und der ganze Rest ist eigentlich das, was Fokus ist. Deswegen warte ich ja drauf, bevor ich investiere, bis diese Ausspaltung da ist, weil ich diese Konsumgütersparte nicht im Depot haben möchte bei der Ausspaltung. Ich glaube. Und würde dann tatsächlich in dieses Hauptunternehmen weiter investieren. Deswegen warte ich hier ab, auch wenn es eine Chance gibt. Ich meine, aktuell läuft nichts davon, aber andererseits sind sie natürlich schön stabil. Also wer sie hat, wird sie gerade sehr, sehr lieben. Insofern wird spannend, das stimmt. Also gerade auch, wenn hier natürlich jetzt mal so ein bisschen der Klotz, in Anführungsstrichen, herausgetrennt ist, ob man eben vielleicht sogar noch an Fahrt aufnehmen kann. Wird spannend. So, ich würde sagen, wir haben ja gesagt, wir haben heute tolle Sachen dabei. Marcel als allererstes, ich greife mal hier in die Tüte rein. Es ist wie Weihnachten. Es wird zwei Pakete geben. Also jeder, der uns kommentiert auf YouTube, abonniert und uns ein Like gibt, ist mit dabei für Paket Nummer 1. Paket Nummer 1 stellen wir jetzt bei dir hin. Okay. Paket Nummer 2 sind für alle, die uns auf Instagram folgen. Und da müsst ihr einfach nur den Beitrag mit dem Bild liken, uns abonnieren und jemanden markieren mit. Und diese Person, ihr solltet zum Beispiel schreiben, weil es gibt, ich gucke jetzt mal kurz in die Tüte, was wir als erstes hier raushauen. Ich bin so gespannt. Es ist wirklich wie Weihnachten. Ich habe noch nichts gesehen. Ich gebe es zu. Und für alle, die uns nur hören, ja, auf YouTube kann man das natürlich sehen. Ja, wir müssen ja die Pakete ein bisschen abgrenzen. Also, Marcel, es gibt richtig gute Nudeln. Nudeln? So, es gibt einmal Disney-Halloween-Nudeln. Okay, cool. Und Disneyland-Normale-Nudeln. So, die stellen wir mal hier so mit hin. Ja. Und jetzt mache ich weiter. Also bleib dran, es kommt noch richtig viel. Die Tasche ist mordschwerwillig. Kriege ich gleich wieder Hunger, ja. Ich musste sie zu zweit, mussten wir sie hier hochfahren. Hiefen. Hiefen. Genau. So, ich möchte nochmal ganz kurz sprechen über die Chip-Industrie. Und es war im Handelsblatt ein Artikel, der stand, die Boten des Abschwungs. Das bedeuten die schwachen Zahlen. Und das ist ganz interessant, weil man natürlich auch immer sieht, bei der Nachfrage der Chip-Industrie, wo geht eigentlich die gesamte Konjunktur hin. Und aktuell muss man tatsächlich sagen, die Chip-Hersteller haben die letzten Jahre immer sehr überraschende Zahlen geliefert. Und das flacht jetzt so ein bisschen ab. Und da einfach Vorsicht, Obacht. Ich hatte es gerade schon gesagt, diese Preise für die DRAMs, weißt du, wo der Preis war, so im Januar 2022 für einer, war bei ungefähr 4 Dollar. Okay. Ja, jetzt die Lieferprobleme, also die Frachtkosten sind ja auch global wieder deutlich gesunken, Containerpreise. Ja. Was glaubst du, wo ist am 19.10. der Preis für einen DRAM? Also wir waren Anfang Januar bei 4 Dollar. Das ist wahrscheinlich bei 3. Jetzt sind wir bei 2,53 Dollar. Okay. Also das ist natürlich, da verdient man einfach natürlich weniger Geld. Das muss man tatsächlich sagen. AMD wird hier als Bote auch einfach genannt, 15% weniger Umsatz. Das ist natürlich enorm viel. Also was zurückgeht weiter ist aber auch, wer schon gemeldet hat die Zahlen, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Samsung. Und Samsung ist ja der größte Chipkonzern der Welt. Der Betriebsgewinn brach im dritten Quartal um ein Drittel ein. Das ist schon viel. Und das, obwohl natürlich Samsung ist in vielen Geschäftsfeldern tätig, aber das meiste Geld erzielen sie einfach mit den Speicherchips. Und wenn die jetzt auch wieder zurück sind, der MSCI World seit dem 01.01. minus 24%. Der Halbleiterindex Sox minus 44%. Dann muss man auch tatsächlich sagen, du hast es gesagt, Taiwan Semiconductor. Sie sind ja einfach der größte Auftragsfertiger der Welt. Sie merken natürlich auch mit als erstes, wenn die großen Konsumgüterhersteller sagen, jetzt ist Schluss, jetzt wird weniger investiert. Und sie haben letzte Woche angekündigt, wir haben ja darüber berichtet, dass sie über 40 Milliarden Dollar investieren wollen. Das haben sie reduziert auf 36 Milliarden und jetzt nochmal um 10%. Okay. Und das zeigt natürlich auch hier, ist natürlich super gut, dass man nicht massivst investiert, dass wir hier nicht in so einen super Schweinezyklus reinkommen. Aber man sieht einfach die Zyklik des Geschäftsmodells. Up and down, up and down, up and down. Dann haben wir natürlich auch noch, wie gesagt, diese politische Unsicherheit. China, USA. Mal schauen, was da noch so passiert. Und ja, die Negativsignale mehren sich einfach in vielen Branchen. Wir sehen es bei BASF. Barta auch wieder super gut gelaufen. Nicht. Und Henkel natürlich jetzt auch ganz stark im Bereich Klebstoffe für die Halbleiter-Prozessoren. Auch hier. Es wird alles ein bisschen weniger. Na klar. Spielt viele Themen dazu. Wir müssen einfach aufpassen. Ich würde jetzt nicht zu sehr auf ein Pferd setzen. Ich glaube, wenn man langen Atem hat, muss man natürlich auch wieder sagen, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Deswegen. Minus 44% seit 1.1. Heißt, warum nicht ein Sparplan? Ich glaube, es wird unheimlich schwer, jetzt in diesem Bereich einen Gewinner zu picken. Vielleicht kann man darüber streiten. ASML, LAM Research etc. pp. Ja. Es sind ja auch die sogenannten Schaufelhersteller. Aber ich würde mich nicht festlegen wollen auf einen Auftragsfertiger. Ich würde mich nicht auf, wir hatten letzte Woche Aikstron auch noch im Aktiencheck. Ich wäre ein bisschen zurückhaltender. Wenn ich FOMO hätte, also Fear of Missing Out, dann glaube ich, ist jetzt diese Branche perfekt für einen Sparplan. Um einfach einen Fuß in der Tür zu haben, vielleicht noch auf dem Tagesgeldkonto einen zweiten Sparplan starten, dass man dann hier auch mal gezielt, wenn man merkt, jetzt bildet sich langsam Boden. Man kann ja auch solche zyklischen Aktien wunderbar nach dem KBV analysieren. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt, also ihr könnt, auf Instagram kommt ihr am besten mit uns in Kontakt. Wenn ihr euch mal den Buch von einem Unternehmen anschaut, biete ich euch gerne mal mit an. Schaue ich auch gerne mal mit drüber. Du gerne ja bestimmt auch mal über den Chart. Also wenn ihr da ein bisschen was ausarbeitet und sagt, hier könnt ihr mal schauen, was haltet ihr davon? Super gerne. Kriegt ihr auch von uns relativ flott eine Antwort. Also ich will nur mahnen, ich will nicht alles schwarz reden. Ich denke, in unserem Alter, die meisten Hörerinnen und Hörer sind auch in unserem Alter, hier bestehen jetzt einfach Chancen, aber auch Risiken. Den sollte man sich bewusst machen. Aber wenn man Risiko adjustiert, ein bisschen investieren möchte in eine Branche, sollte man nicht versuchen, hier irgendeinen Gewinner zu picken, sondern einen Sparplan. Klar, ASML ist ein Riesengewinner, aber auch hier minus 40 Prozent fast in sechs Monaten. Hier vielleicht einfach erstmal einen Fuß in die Tür kriegen. Beziehungsweise muss man ja auch sagen, dass hier natürlich auch einiges schon vorweggenommen ist. Die Zukunft wird gehandelt. Genau. Dieser Zyklus ist im Prinzip jetzt schon mit runtergefallen. Wir sind es auch bei Nvidia und Co. Das heißt natürlich, dass jetzt zumindest schon mal eigentlich ein guter Startpunkt wäre für einen Sparplan, wie du schon richtig sagst, und dann über die Zeit mit aufbauen. Deswegen bin ich aber völlig bei dir. Ich glaube nicht, dass die Branche nochmal enorm viel stärker einbricht. Ich glaube, sie hat schon relativ gesehen, jetzt nicht wegen zehn Prozent festnageln, aber im Prinzip schon gewissen Style erlebt und wird jetzt daraus natürlich erstärkt wieder rauskommen. Vielleicht auch vereinzelt manche Player nicht. Kann natürlich sein. Intel, haben wir gesehen, hat es nicht mal geschafft, in einem guten Zustand durch diese oder in einer guten Voraussetzung tatsächlich zu wachsen. Wir sind ja auch investiert in Texas Instruments. Also wir haben ausgehende Game. Ja, und ASML auch. In Nvidia, auch in AMD, bin ich auch weiterhin überzeugt. Hier, und da würde ich sogar aufstocken dann tatsächlich. Oder eben den Sparplan, wie gesagt. So, bevor ich ziehe jetzt wieder. Hol noch was raus. Hol was aus deiner Wundertüte. Ich bin gespannt, was du diesmal hier für die Community berat hältst. Das ist jetzt das Kleinste. Warte. Es klingelt ein bisschen. Also meine Frau hat mir geholfen beim Einkaufen. Okay. Einmal ein Schlüsselanhänger. Ja. 30 Jahre wird das Disneyland alt. Disneyland. Nicht Mickey Mouse. Achso, nee, ist schon älter. Ich glaube, Mickey Mouse ist knapp über 90, ne? Bestimmt. Ja. Hat sich aber gut gehalten. Hat sich gut gehalten. Ein weiterhin wirklich strafe Maus. Ich lege es mal hier mit hin. Und du erzählst uns jetzt etwas mal über eines der schönsten Sünden der Welt. Ich weiß nicht genau, wie ich die Überleitung von Mickey Mouse zu Tabak schaffe. Von einer rauchenden Maus. Hä? Nein. Nein, nein, nein. Lieber nicht. Ob Mickey Mouse jemals geraucht hat? Ich glaube, ich weiß nicht. In den 90ern? Ein Mickey Mouse Bild mit Zigarette? Wäre mal interessant. Wäre auf jeden Fall ein Werbegesicht. Egal. Wandel in der Tabakbranche. Was passiert, lieber Philipp? Hör zu, das ist verrückt. Andrea. Es gibt Schokolade. Ich wusste es mal, Schokoladenzigaretten. Also. Okay, siehst du? Da haben wir es drauf. Hast du früher auch mit Schokoladenzigaretten? Na klar. Ja. Wäre das nicht geliebt. Bist du nie Raucher dadurch geworden? Nein. Das war bestimmt mein Einstieg damals. Ich bin jetzt nicht drauf. Okay. Schon lange, ja. Weiter so. Okay. Ich komme nochmal drauf zurück. Wandel in der Tabakbranche. Philipp, es ist was passiert. Wirklich spannend, wie ich finde. Und zwar, Andrea hat ja die Icos-Rechte in den USA allgemein, natürlich auch von Marlboro und Co. diese Zigaretten oder auch die Alternativen zu verkaufen. Und das wird jetzt abgeben an Philip Morris. Und Philip Morris bezahlt dafür 2,7 Milliarden Dollar. Eine Milliarde wurde bereits bezahlt in bar. Und die anderen 1,7 Milliarden Dollar werden bis Mitte nächsten Jahres dann überwiesen. Und theoretisch hatte Altria bis 2024 eben auch die Rechte und die Lizenzen, Icos zu vertreiben. Das bleibt auch erstmal bestehen. Und ab dem 1. Mai 2024 darf dann Philip Morris komplett Icos in den USA vertreiben und kriegt dann natürlich auch die Einnahmen. Und da ist Altria erstmal raus aus dem Geschäft. Und Philip Morris sieht hier bei Icos natürlich weiterhin starke Wachstumschancen. Also der Umstieg von klassischen Zigaretten zu Icos scheint weiterhin fulminant zu sein. Also auch weiterhin erfolgreich. Geschätzt sind aktuell 19 Millionen Icos-Kunden in den USA. Das ist gar nicht so viel, muss man sagen. Also finde ich so auf gefühlten, da ist sicherlich noch Luft nach oben, aber man wächst tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit waren es noch 15 Millionen. Und so sieht man, dass auch viele umsteigen, aber auch Neueinsteiger dabei sind, die vielleicht auch von anderen Marken kamen. Und finde ich an sich spannend, weil jetzt natürlich die Frage ist, was bei Altria an Alternativen bleibt. An Zukunft. Naja, also Joule ist im Prinzip so gut wie insolvent. Das hat man jetzt auch schon durch die Blume lesen können. Das wäre noch ein Thema, wenn Cannabis jetzt legalisiert wird. Dafür setze ich ja beiden ein. Haben Sie Ihre Beteiligung? Über 40 Prozent an Kronos haben Sie noch. Und an ABMWF? Da haben Sie auch noch die 10 Prozent. Da hatten Sie ja überlegt, ob Sie das abgeben. Haben Sie das noch? Haben Sie noch überlegt, ob Sie es irgendwann abgeben. Aber bis jetzt haben Sie es, glaube ich, noch. Oder haben Sie es auch noch. Und es wird spannend, wie Sie da jetzt noch das Zukunftsgeschäft aufbauen. Wollen wir beide wetten? Das ist in 10 Jahren Altria. Ich denke, die werden zerschlagen. Zu was? Ich kann mir vorstellen, dass die Philip Morris ihren Anteil noch an AB InBev geben. Und dann, weil was hat denn Altria noch groß? Fuel bald weg? Naja, man hat auf jeden Fall die klassischen Marken. Das sind immer noch mal Boris, immer noch die wirklich umsatzstärkste. Aber nur halt in den USA? Naja gut, aber es ist ja trotzdem ein Riesengeschäft. Es ist immer noch Marktführer. Preise steigen weiter. Die Leute zahlen es offensichtlich trotzdem weiter. Und die Umsätze steigen ja auch. Das zeigen die Kraft. Aber mein Geld würde ich, glaube ich, jetzt nicht mehr investieren. Investieren wir frisch, investieren würde ich allgemein die Branche. Und man zockt jetzt nicht auf ein Entwicklungsland. Zocken ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, aber ist schon sehr stabil. Aber man setzt natürlich auf ein Land. Das macht man bei vielen anderen Unternehmen auch. Das sollte man vielleicht die Kirche im Dorf lassen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich mit PM, hat man vielleicht, also mit Philip Morris, wahrscheinlich mehr, ich sag mal, Möglichkeit hier, ich sag mal, an sich noch weltweit was abzugreifen. Insofern vielleicht nicht unbedingt jetzt ein guter Neueinstieg, Altria. Die Philip Morris Aktie. Interessant, aber was denkst du, wie viel hat es überhaupt verloren? Ist auch runtergegangen jetzt. Aber 5,16 Prozent? Ja, relativ stabil. Tabakbranche ist allgemein relativ stabil. Ach, guck mal. 3,3. Naja. Das sieht besser aus. Alles relativ gesehen, also relativ stabil sogar, muss man sagen. Sind ja auch Defensivwerte und Dividendenwerte, keine Frage. Ich ziehe wieder. Na los. Ba, 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 ba. Ich bin gespannt. Oh, haben wir einen Trommelwirbel? Den müsste man hier einbauen. Das wäre doch mal was. Und? So, lecker. Damit für alle was dabei ist. Als Nachtisch. Ich hoffe, wir schaffen es, beide Packungen nicht anzurühren. Es gibt Disneyland Paris Kekse. Einmal für dein Paket. Und dann auch noch hier für mein Paket. Ja, also wenn die vielleicht schon angefangen sind, wenn die dann ankommen, tut uns leid. Hat eine Maus etwa angebissen. Das tut uns leid. Wir waren es nicht. So, kommen wir wieder zurück zu Aktien. Und wir werden häufig gefragt, ist da jetzt ein Boden erreicht? Donnern die Kanonen immer noch laut genug? Ah, bitte helft mir. Und wir geben euch jetzt ein Tool mit an die Hand. Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Nämlich gibt es von CNN den Fear and Greed Index. Und was macht dieser Index? Dieser Index fasst einfach zusammen Handelsvolumina, wie oft wird gekauft, verkauft und macht das alles zusammen in einem Index. Das ist auch alles auf der Webseite hier nochmal kalkuliert. Und dann gibt es einen Index zwischen Extreme Greed. Und Greed heißt natürlich extreme Gier. Da haben Menschen richtig Angst. Sie verpassen was. Was passiert dann meistens? Die Kurse eskalieren. Die steigen richtig. Das haben wir gesehen Ende letzten Jahres. Dann gibt es den Greed Index. Also Greed, also der kann von Extreme Greed auf Greed fallen. Also die Leute sind immer noch gierig. Neutral. Dann gibt es was Gesundes. Vier ist die Angst am Markt. Und Extreme Vier. Und man muss einfach sagen, um das jetzt mal, dieser Index, das ist ganz interessant. Er ist natürlich ein Blick immer in die Vergangenheit. Man kann aber trotzdem einfach mal schauen, Mensch, wie ist es denn gelaufen? Aktuell steht er auf Vier. Letzte Woche war er noch bei Extreme Vier. Also scheint sich, die Lage hat sich ein bisschen verbessert vielleicht auch an den Börsen. Aber wir sehen auch hier, immer noch ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, Link dazu stellen wir euch mal in die Shownotes. Aber Warren Buffett sagt ja immer, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch auf gar keinen Fall mehr, wenn sie steigen. Deswegen wollen wir euch ja hier auch immer mit Investment Ideen etc. pp. Einfach unterstützen. Ich glaube persönlich, das Einfachste, um alles hier rumzuschlagen, ist einfach wie gesagt MSCI World, MSCI Our Country World. Einfach ein langfristiger Sparplan. Aber auch Aktiensparpläne. Ich habe ja Realty Income, habe ich ja mit meiner Frau gestartet, jeden Monat 100 Euro. Wir haben jetzt das erste Mal Dividende bekommen und wir freuen uns richtig, dass wir jetzt 8% im Minus sind, weil wir im nächsten Monat zu 8% mehr nachkaufen werden. Ist das nicht geil? Das ist praktisch, ja. Das stimmt, er kriegt mehr Anteile, dank des Sparplans. Für das gleiche Geld. Für das gleiche Geld. Herrlich. Und wo gibt es heutzutage noch richtige Rabatte, substanziell, ne? Ja, das ist gar nicht so einfach. Rabatte gibt es auch? Tendenziell bin ich auch mal, um nochmal auf den Fear and Creed Index zurückzukommen, wenn so richtig Panik ist, wenn die Märkte so richtig neu abtauchen, dann ist das meistens auch ein guter Punkt zum Kaufen, kann man durchaus, als wenn es jetzt nicht gerade auch eine Nachricht ist, die jetzt erschütternd ist und vor kurzem, und ich habe gerade gelesen, der 19. Oktober vor vielen, vielen Jahren, 87 damals, der Dow Jones um 23%. An einem Tag runter, das ist schon heftig, stell dir mal heute vor, wenn der Dow Jones um 23% fallen würde, eieieiei, ich glaube, dann sollte man lieber gleich ins Bett gehen. Ja, ist zum Glück nicht passiert, alles noch halb so wild. Ich komme mal zur Partnersuche, die mir eingangs… Ganz kurz noch? Ja? Ich muss nochmal in die Tüte. Na komm. Ich habe einfach so viel mitgebracht. Gleich geht es weiter mit der Partnersuche. Jetzt noch kurz ein Geschenk. Erst das Limitierte oder erst… Erst das Limitierte. Erst das Limitierte. Das ist auch nochmal für beide gleich. Und dann habt ihr die Qual der Wahl. Ihr könnt auch bei beiden Verlosungen teilnehmen. Aber beides gewinnen kann man nicht. Welche Tasse willst du denn? Ich habe gerne die Mickey Mouse. Einmal die Mickey Mouse Tasse. Okay. Team Marcel kriegt die Mickey Mouse Tasse. Hier. Ach, die ist herrlich. Some mornings are rough steht da drauf. Das könnte ich sein morgens. Ja, die Mickey Mouse für alle, die uns hören. Wichtig ist, du darfst nicht teilnehmen. Nein, das ist stimmt. Leider. So, und dann alle, die bei mir drin sind. Wir sind die Verrückten. Wir sind Tigger. Und hier steht drauf, weird for another day. Ja. Weil nur die Verrückten jetzt noch einen Sparplan starten. So, einmal werde ich dich noch unterbrechen müssen. Okay. Und dann, jetzt kommen wir aber ein bisschen Liebe. Love is in the air. Ja, ganz so liebevoll ist es dann doch gar nicht. AT&T. Zieh ich nochmal die Ohren auf. AT&T ist auf Partnersuche und möchte einen Joint Venture Partner suchen und finden für den Ausbau der Glasfaser. Und hier möchte man tatsächlich richtig Gas geben und viele neue Haushalte an das Glasfasernetz anbringen und das Joint Venture mit einem möglichen Infrastrukturpartner könnte ein 10 bis 15 Milliarden Dollar Volumen Programm sein. Also, hier ist richtig viel Geld drin. Also, hier wird richtig viel investiert. Und jetzt habe ich mal auf die Glasfaserkunden geschaut bei AT&T, denn das ist ja schon ein wichtiges Geschäft. Im Q2 diesen Jahres hat man 316.000 neue Glasfaserkunden gewonnen. Das ist richtig viel und in diesem Quartal, jetzt erst frisch die Quartalszahlen ja auch eingegangen, waren es sogar 338.000. Philipp, das sind schon knapp 700.000, die hier als Kunden dabei sind, auch nur in den zwei Quartalen und das elfte Quartal in Folge mit über 200.000 Neuzugängen. Elf Quartale. Also, hier sieht man, AT&T läuft und läuft und läuft, vor allem gerade das Glasfasergeschäft. AT&T Fiber, so nennt sich einmal dieses Segment, das wechselt um 30%. Und selbst bei den Mobilfunkerlösen stieg man auf, auf 5,6%. Auch das ist ein Rekordwert in den letzten Jahrzehnten. Und hier sieht man, AT&T entwickelt sich richtig seit der Abspaltung. Und ich glaube, hier könnte so nach und nach auch wieder ein bisschen mehr Musik reinkommen. Die Aktie direkt mal 8% nach oben gestoßen, zeitweise sehr, sehr gut. Für AT&T, für so nen Defensivwert, das sieht man eigentlich sehr selten. Insofern bin ich hier und bleibe ich auch dabei. AT&T, glaube ich, wird sich jetzt gerade auch durch diesen Glasfasermarkt richtig gut positionieren. Und sie müssen auch sehr viel investieren, denn auch die Konkurrenten schlafen hier nicht. Und da muss AT&T noch ein bisschen Gas geben. So, letztes. Na los. Wichtig ist, limitiert, also wenn ihr gewinnt, nicht aufmachen. Einfach mal 10, 15 Jahre vergessen und dann mal bei Ebay reinstellen. Oder sagt man auf Ebay stellen. Egal. Egal, auf Ebay. Uns auf jeden Fall Bescheid geben, wie viel man dann erlöst hat. Uns Bescheid geben und vielleicht einladen zu nem Eis oder so. Ja, das wäre nett. So, warte. Ja. Ein bisschen wie beim Teleshopping heute hier. So, es ist eine Glaskugel. Beschreib mal bitte für alle Hörerinnen und Hörer, wen du da siehst, was du da siehst und was die zwei dort machen. Ja, es ist also eine eingepackte, limitierte Glaskugel. Und da drin ist Mickey Mouse und auch Goofy. Genau. Die aus einem Hut eine 30 zaubern für 30 Jahre Disneyland. Und diese 30 sieht ja auch aus wie eine Mickey Mouse. Ja, stimmt. Es sind 30 in Form einer Mickey Mouse. Genau. Sehr, sehr süß. Das Ding kostet, ich mache selbst den Preis nicht ab, 30 Euro. Jedes Paket hat einen Wert von über 50 Euro. Fasan auch noch kostenlos nach Hause. So, ich stelle das mal hier hin, bevor das hier runterfällt. Oder stellst du es mal bitte hin. Also, ganz einfach teilnehmen. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, ganz einfach. Da seid ihr dann Team Marcel, also Paket Marcel. Einfach mal in die Kommentare schreiben, mit wem, wieso, weshalb und warum würdet ihr das gerne gewinnen wollen. Mit wem würdet ihr die Nudeln essen, etc. pp. Auf Instagram. Dann seid ihr bei mir mit dabei. Ich werde den Gewinner ziehen. Du dann deinen Gewinner oder deine Gewinnerin. Jawohl. Und ja, was müsst ihr machen? Ihr müsst uns folgen, uns liken und mir in die Kommentare schreiben, mit wem würdet ihr diese Disney-Nudeln essen? Ja. Schnabulieren. Genau. Also verlinken, damit wir auch ganz genau wissen, wer es ist. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch bei beiden Gewinnspielen teilnehmen. Und jetzt, Marcel. Ja, Philipp, ich bin gespannt. Habe ich unsere Holding auf. Welche Aktie, die wir gekauft haben, könnte bei Wer wird Millionär eine Frage sein? Ne, sortieren sie. Das machen wir jetzt mal. Okay. Sortieren sie die schlechtesten Aktien der MVE Holding nach der Rendite. Also, ja. Von wenig negativ zu maximal negativ. Bereit? Nemet Check, Lemonade, Octa, Nibbe. Was ist am wenigsten im Minus? Mit minus 40%. Sind wir bei Nibbe? Richtig. Minus 54,92%. Nemet Check? Ja. Minus 64%. Okta, nicht Okta, sondern Lemonade, weil die sind ja hochgekommen zuletzt. Also, muss dann ganz unten Okta stehen. Richtig. Deswegen sitzt du jetzt auch hier an diesem Stuhl und musst das Studio nicht verlassen. Gott sei Dank. Glückwunsch. Wir kommen bei Wer wird Aktionär. So. Was haben wir hier? Genau. Also, Lemonade, minus 64%. Und sie haben jetzt ein Deal bekannt gegeben mit dem Unternehmen, was ehemals als Börsenkürzel hatte. Wuff. Nämlich Chewy. Und Chewy ist ja ein Spezialist für Tierbedarf, Tiernahrung etc. pp. Und was macht jetzt natürlich eine Versicherung mit Tiernahrungsmitteln und dem ganzen anderen Zeug, was Hund, Katze und Co. glücklich macht? Sie werden eine gemeinsame Versicherung rausbringen. Das soll nächstes Jahr starten. Und ich glaube, das kann schon jetzt kein Gamechanger werden, aber doch nochmal ein bisschen ankurbeln. Ja, wäre bitter nötig. Man sieht gerade auch diese kleinen Aktien, die sind natürlich jetzt stark unter die Räder gekommen mittlerweile. Wobei auch Lemonade, muss man sagen, in den letzten Wochen tatsächlich relativ stabil verbleibt und verläuft und eigentlich sogar teilweise Kursgewinne verzeichnen konnte. Aber all das natürlich auf einem Niveau, was so natürlich schon, naja, sehr weit unten ist. Und all diese Unternehmen sind irgendwo auch potenzielle Übernahmekandidaten. Muss man auch mal so sehen. Ja, also ich hoffe, dass Lemonade noch ein bisschen steigt, bevor es gekauft wird, damit wir hier nicht unter dem Ganzen. Das ist halt nur das Risiko, was man halt hat. Also unglaublich. Bevor wir zu den Tops und Flops kommen, kommen wir erstmal zu unserem Werbepartner und das ist Rockets. Rockets hat tolle Investment. Ja. Crowd Investing kann man hier vollführen in Immobilien oder auch nachhaltige Projekte, wie zum Beispiel Swimsoll, wo wir auch investiert sind oder eben auch in mittelständische Unternehmen all das auf einer Plattform kostenlos anmelden und hier natürlich auch, ich sag mal, eine gewisse stabile Verzinsung mitnehmen, wenn man das möchte. Natürlich immer mit dem Risikohinweis, dass auch mal Projekte ausfallen können. Deswegen muss man hier auch immer wieder streuen. Wir sind schon länger dabei mittlerweile, muss man sagen. Und noch nichts ist ausgefallen. Und es ist noch nichts ausgefallen. Die Zinszahlungen kamen alle pünktlich und auch die Endzahlungen für die abgelaufenen Projekte sind auch schon angekommen. Also all das ist tatsächlich bisher mit sehr guten Erfahrungen verbunden. Wir haben aktuell, wo ist es? Ja, hier. Wir haben aktuell 3.050 investiert und haben auch schon mit Zinsen und Rückzahlung 305 Euro erhalten. Nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall machen. Also wie gesagt, weil wir auch immer die Risiken mit erwähnen müssen und sollten, das ist eben mit da. Aber bisher muss man sagen, gute Erfahrungen gemacht. Alles kam pünktlich und auch zuverlässig an, so wie es sein soll. Und jetzt gab oder gibt es ein neues Projekt und eine neue Investmentchance und zwar in der Shell Hammergasse 19 in Wien. Dort wird eine Immobilie aufgestockt um drei weitere Wohneinheiten und dafür gibt es einen 8,5 prozentigen Fixzins. Ich investiere jetzt live, während du das Projekt vorstellst. 250 Euro. Halbjährliche Zinszahlungen gibt es ebenfalls. Dieses Projekt läuft zwei Jahre und sechs Monate. Danach bekommt man seinen Einsatz wieder. Und die Zinszahlungen gab es eben jedes halbe Jahr. Also sprich fünf Zahlungen in diesem Zeitraum. Und ich finde es super. Aktuell sind es 40 Investoren. Hier kann man also bei mitwirken als, ich sage mal, als kleinen Teil eines größeren Portfolios. Ja, das macht durchaus immer Sinn, dass man hier auch mal ein bisschen was Stabiles mitnimmt. Gerade im Immobilienbereich denkt man erstmal so gefährlich. Aber hier wird halt nach wie vor investiert, zumindest in manchen Ländern. Und gerade hier in Österreich, in Wien scheint es eben weiterhin noch eine gute Nachfrage zu geben. Investiert. So schnell kann es sein und gehen. Wir sehen also, auch das dauert nicht lange. Ansonsten gibt es natürlich noch, wie gesagt, Swimsole. Dort kann man auch noch investieren im Moment. Und auch noch weitere interessante Unternehmen, aber auch Immobilien. Also da gerne mal auf die Seite gehen. All die Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt. Dein Top der Woche. Mein Top der Woche. Hau raus. Vielen Greed Index. Die Leute haben Angst. Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und welche. Wir haben Zinsanstiege weltweit. Und ich glaube tatsächlich kann man sich richtig geil. Und ich sage nicht so oft dieses Wort. Vielleicht jetzt langsam einkaufen. Bei Spezial Immobilien Rides. Also richtig coole Reads. Wir hatten einen Podcast dazu. Immobilien Aktien sind ja eine Form von Aktien, die schöne Dividenden zahlen. Und da habe ich mir heute überlegt. Mensch, Philipp, welche würde dir jetzt spontan einfallen? Und tatsächlich, was ich hier Medical Property Trust, hatten wir drüber gesprochen. Alexandria Riot finde ich auch sehr, sehr cool. Froh Lodges finde ich auch mega. Und das sind glaube ich so. Oder vielleicht auch ein ETF. Weil von vielen Unternehmen die Gebäude werden einfach weiterhin immer gebraucht. Und ich glaube tatsächlich, es wird auch in Zukunft. Und Rechenzentren. Da hatte ich die Woche noch einen, der noch nicht übernommen wurde. Digital Realty Trust. Ja, auch ein interessantes Unternehmen. Bin ich auch am überlegen, tatsächlich hier einzusteigen. 5,13 Prozent Dividendenrendite. Market Cap 28 Prozent. Was soll passieren? Also wollen die Leute ihre Rechenzentren nicht mehr? Da müssten schon die Datenanzahl oder die Datenströme abnehmen. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Und man soll ja kaufen, wenn die Stimmung am Boden ist. Und diese Woche kam heraus, Marcel, dass US Reels gerade mal ein Kapital eingesammelt haben. Also sie finanzieren sich ja auch über Kredite etc. Was denkst du, wie viel? Keine Ahnung. 1,17 Milliarden Dollar. Das ist nichts. Weißt du, wie viel Prozent das weniger ist im Vergleich zum Vorjahr? Hau raus. 93,7 Prozent. Das ist deutlich. Das ist ja eigentlich fast gar nichts. Ja. Und jetzt glaube ich tatsächlich, hier ist der Moment gekommen zu sagen, jetzt geht's ab. Und wer noch aufgenommen hat, Prologis, Digital Realty Trust, dann Hudson Pacific Properties, habe ich so noch nicht gehört, auf brutal runtergekommen. Fast 10 Prozent Dividendenrendite. Da würde ich natürlich nochmal wirklich nochmal genauer nachschauen, was macht dieses Unternehmen. 10 Prozent ist für mich schon sehr, sehr hoch. Vichy Properties, aber natürlich auch American Tower. Ja, und eins, was wir nicht vergessen dürfen, ist Innovative Industrial Properties, die auch sehr stark runtergekommen und tatsächlich auch ein echter Wachstumsmarkt. Hier noch der Cannabis-Sektor, der nicht ganz außer Acht gelassen werden sollte, denn auch das ist jetzt wieder im Fokus, thematisch in den USA. Und wobei, man muss sagen, dass man hier sich weiterhin konzentriert auf medizinisches Cannabis und darauf legt das Unternehmen ja sehr großen Wert, dass das nicht etwas verruhigt wird, sondern tatsächlich auch interessant in dem Falle. Und ich bin bei dir, das sind gute Chancen, die wir hier haben auf den Read-Basen und ich glaube, da kann man den ein oder anderen rauspicken und schnapper machen und langfristig halten. Das auf jeden Fall. Gute Idee. Mein Top der Woche ist die Gemeinsamkeit zwischen Fresenius, und jetzt musst du raten, lieber Philipp, Swedish Match und Salesforce. Was haben die gemeinsam? Fresenius, Swedish Match und Salesforce. Rauchende, Manager von Salesforce im Krankenhaus. Ja, genau. 100 Punkte. Oder Managerin. Ja, kann man auch sagen. Nein, ganz anders. Falsch, leider. Schade. Was denn dann? Tatsächlich aktivistische Investoren, lieber Philipp. Ah. Bei allen dreien sind aktuell aktivistische Investoren drin. Aber dasselbe? Nein, nicht dasselbe. Fresenius und Swedish Match haben den gleichen, das stimmt. Und bei Salesforce ist ja diese Woche Starboard Value eingestiegen, mit einer noch, ich glaube, unbekannten Größe. Ist zumindest die Nachricht bei mir noch nicht angekommen. Bei Elliot ist doch eingestiegen bei Fresenius. Bei Salesforce. Ach, bei Salesforce. Ist Starboard Value eingestiegen. Bei Fresenius ist tatsächlich Elliot eingestiegen und hat hier ebenfalls einen, naja, einen gewissen Anteil übernommen. Aber wie viel haben sie noch nicht gesagt? Ist noch nicht in der Meldeschwelle. Man ist hier unter den drei Prozent. Aber auch hier scheint man wohl über ein Prozent zu gehen. Und bei Swedish Match ist ja aktuell auch noch der aktivistische Investor drin. Die wollen doch übernommen werden, oder? Genau, richtig. Und lieber Philipp, jetzt kommt's. Der aktivistische Investor hilft hier mit dabei, dass Philipp Morris mehr zahlen muss für Swedish Match, als es erst gedacht war. Ja. Trotzdem aber auch hier, Elliot war ja auch bei Rocket Internet mit dabei. Und Rocket Internet hat sich hinter den Bühnen mit Elliot geeinigt auf eine Sonderdividende, die nur sie bekommen haben, oder eine Sonderzahlung. Bitte kauft jetzt nicht alle Swedish Match. Nein, auf keinen Fall. Das ist ja eh abgelaufen. Und auch eine Fresenius lässt sich nicht so einfach übernehmen oder filetieren oder sonst irgendetwas. Auch hier aufpassen, weil da ist ein sehr, sehr großer Anker-Investor. Aufpassen. Also meistens ist es gut für Elliot, ja. Ja, vor allen Dingen hilft es erstmal, wenn man liest, warum und was, wieso überhaupt diese aktivistischen Investoren dabei sind. Und bei Salesforce geht es erstmal darum, natürlich hier die Effizienzen zu heben. Das, was der Chef sowieso schon gesagt hat, das wird hier unterstützt von Starboard Value. Man sieht aktuell in Unterbewertungen, deswegen geht man eben rein und möchte hier noch ein bisschen mehr rausholen in Sachen Effizienz, also sprich die Marge noch ein bisschen anheben und mehr für die Aktionäre rausholen. Das, denke ich, ist ein relativ leichter Job für Starboard Value, denn Salesforce steht ja eigentlich sehr, sehr gut da und hat eigentlich wenig auszustehen. Das Swedish Match Group, wie gesagt, sie werden übernommen von Philip Morris, haben einen gewissen Preis bekommen und der aktivistische Investor hier versucht, diesen Preis noch nach oben zu drücken und zu sagen, okay, das reicht uns nicht, wir wollen noch ein bisschen mehr, weil sie eben einen gewissen Anteil halten und die müssen immer 90% zustimmen, damit die Übernahme getätigt wird. Das ist hier noch nicht der Fall, also könnte es sein, dass für das Swedish Match noch ein bisschen mehr rausspringen, zumindest für die Investoren, denn das Swedish Match geht natürlich dann an Philip Morris. Und bei Fresenius, hier geht es wirklich auch darum, dass dieses unterbewertete Unternehmen mal wieder ein bisschen auf die Beine kommt, dass man hier definitiv mehr rausholt, natürlich nicht unbedingt jetzt im Sinne von Verkaufen und Filetieren, sondern wahrscheinlich auch erstmal wieder auf Trab zu bringen. Gerade auch das ganze Thema Corona ist bei Fresenius immerhin noch ein Thema. Die Krankenstationen sind immer noch voll mit Covid-Patienten und deswegen hier auch nach wie vor Probleme im operativen Geschäft. Also bei meiner Frau wurde es ja jetzt auch gesagt schon in der Klinik, sie arbeitet ja für Fresenius, die Zahlen steigen. Ja genau und das sieht man dann doch relativ deutlich und hier will eben Elliot auch wieder mehr rausholen. Mal sehen, ob das wirkt bei Fresenius und bei Salesforce gab es durch diese Nachrichten Kurssprünge. Also es wird von dem Markt gut eingeschätzt und deswegen auch der Top der Woche, weil man eben hier positive Tendenzen hat. Dein Flop der Woche würde mich jetzt interessieren. Mein Flop der Woche und da muss ich dich einfach mal ganz frech fragen. Hast du heute mitbekommen, dass diese Aktie unglaubliche 19,64% gesprungen ist nach oben? Vielleicht wusste noch niemand, dass wir jetzt hier einen Flop ausrufen. Die Aktie ist gesprungen von 5 Cent auf 6,7 Cent. Ja, super erfolgreich. Ich rede von Vapiano und hier habe ich echt super schlechte Erfahrungen in Paris mitgemacht. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Laden überhaupt noch gibt. Ich dachte, die sind insolvent. Glaube ich auch, wenn ich mir den Aktienkurse angucke. Aber nichtsdestotrotz, was denkst du, wie viele Aktien werden am Tag hier noch gehandelt? Es wird nicht viel sein, ne? Oder doch viele Aktien. 1.428. Pennystock eben. Vielleicht hat einfach heute jemand für knapp 7.656 Euro, der hat mal ein bisschen was umgeschlagen. Kann sein. Sie versuchen es anscheinend jetzt mit einem neuen Konzept und finde ich ja cool. Also wenn du aus dem Disneyland rausgehst, hast du so dieses Disney Village und da gibt es ja Starbucks, Macca's, Ben & Jerry's, Hagen Dazs, Five Guys und wie gesagt Vapiano. Wir hatten eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht mit Vapiano. Wir haben gesagt, komm, da gehen wir mal hin. Und hier haben wir so ein neues Konzept, also das du jetzt am Tisch bestellen musst. Und da war eigentlich ziemlich cool mit QR-Code. Und da hast du gemerkt, da ist jetzt schon, ich sag mal, die Kacke am Dampfen. Warum QR-Code gescannt? Und da hat er dir schon in der Schlange gesagt, du musst mit dem QR-Code deinen Tisch scannen, dann bestellst du und dann musst du runterkommen zum Bezahlen. Mit dem QR-Code hättest du aber auch schon vor Ort bezahlen können. Also am Tisch. Ich glaube, die wollen sich einfach die PayPal-Gebühren sparen oder auch die Kreditkarten gewöhnen. Und naja, dann kam das Essen. Meine Frau war schon beim Dessert. Ich hatte immer noch nicht meine Pizza, obwohl die Pizza ja eigentlich immer mal ein bisschen schneller ging. Nichts. Also läuft nach wie vor nicht so wirklich. Ich würde auch nicht, dass das ja auf einmal eine Penny-Stock-Aktie wird. Also eine Reddit-Aktie oder Mauerstraßenwetten, wie es alles heißt. Also Vapiano, dieses Konzept, glaube ich persönlich, würde nicht aufgehen. Ja, das hat sich ja gezeigt. Deswegen sind sie ja schon insolvent. Und die wenigen Restaurants, die noch laufen, sind ja, ich sag mal, die, die den Postsieb übernommen hat, ein paar laufen halt noch, weil sie sich halt offensichtlich tragen. Aber die Frage ist natürlich, wie lang. In Leipzig gibt es auch noch. Ja, genau. Die, die, ich sag mal, an sich lukrativ waren. Vapiano hat ja nicht das Problem gehabt, dass sie nicht erfolgreich waren und keine Besuche hatten, sondern sie haben ja zu schnell expandiert und konnten das dann nicht mehr tragen, weshalb sie dann, ich sag mal, in sich zusammengebrochen sind und insolvent anmelden mussten. Das ist jetzt eben die Folge. Die Kohlbewertungen sind auch nicht schlecht. Aber ich glaube, sie müssten irgendwie nochmal, was weiß ich, was auch immer sie machen. Naja, dein Flop. Mein Flop ist tatsächlich das IPO, was wir schon öfter angesprochen haben und zwar von Mobileye. Das ist ja die Tochterfirma von Intel. Und jetzt, oder es hieß es ja, 30 Milliarden soll es auf die Börse und Börsenwaage bringen. Dem ist jetzt nicht der Fall. Philipp, 14,6 bis 16 Milliarden. 14,6? Bis 16 Milliarden Dollar. Also Mobileye auf die Waage bringen zum Börsengang. Damit würde Intel 820 Millionen Dollar einnehmen. Geld, was sie natürlich benötigen. Und am oberen Ende dieser Preisspanne wären es eben die 16 Milliarden Dollar Börsenwert, die Mobileye da mitbringt. Geplant waren mal, Obacht, 50 Milliarden hatte Intel erst gesagt. Und dann waren es ja schon bloß nach 30 und jetzt sind es tatsächlich nur noch die Hälfte von dem. 2017 kaufte man Mobileye ja für 15,3 Milliarden. Das heißt, wenn es überhaupt gut läuft, kriegt man gerade so mal einen 700 Dollar Wertgewinn hin. Intels Umbau scheint also jetzt hier wirklich, naja, es scheint tatsächlich sehr, sehr kritisch zu sein. Man möchte ja umbauen und mehr zum Foundry werden. Das Ding ist nur, dass es offensichtlich so viel Geld kostet, dass man jetzt panischerweise Mobileye in den schlechtesten Zeiten an die Börse bringt und offensichtlich ist hier die Bewertung eingestürzt und bei 16 Milliarden Dollar wäre es schon der Bestfall. Uninvestierbar jetzt die Aktie. Aktuell schwierig, ja, absolut. Also die Werte, die man eigentlich hat, die da schlummern. Wenn das passiert wird, wird auch als nächstes schon die Dividende gestrichen. Definitiv, ja. Das glaube ich auch. Tatsächlich, das glaube ich war mein zweiter Gedanke. Wenn man diese Panik hat, so ein Juwel, was man sich, ich sage mal, edig billig eingekauft hat, so zu verschleudern an der Börse via IPO, so glaube ich, wird man auch Geld benötigen und das könnte auch dann schnell mal an die Dividende gehen. Also Vorsicht vor Intel aktuell nach wie vor, auch wenn es billig aussieht, muss es nicht gleich günstig sein. Ja, so ein IPO zeigt tatsächlich so ein bisschen die Verzweifeltheit, die hier offensichtlich der Fall sein könnte. Also vielleicht liegen wir da zu dem, das ist auch kümmerlich falsch, aber ich glaube erfahrungsgemäß dürfte hier, ja, noch viel Risiko drinstecken. Kommen wir zum heutigen Thema. 100 Jahre ist das Unternehmen schon alt. Ja. Ihr seht es heute, also wir sind heute voll im Disney-Fieber. Disney, wir wollen einfach mal kurz sprechen. Wir werden auch über dieses Unternehmen natürlich nochmal ein bisschen im Aktiencheck auch philosophieren. Noch ein bisschen tiefer einsteigen, ja. Heute schauen wir uns trotzdem mal ein paar Zahlen an und natürlich auch ein paar Punkte. Es ist einfach ein tolles Unternehmen und die Walt Disney Company ist ein Medien- und Unterhaltungskonzern, ja. Man hat zwei Segmente, in denen man aktuell noch berichtet, ja. Das ist Disney Media and Entertainment Distribution. Da ist Disney Plus natürlich mit dabei. Da ist Disney Plus mit dabei. Da sind aber auch zum Beispiel auch noch ESPN. So eine Art von Sky in den USA. Genau, Hulu ist mit dabei. Hulu. Hulu eigentlich auch so eine Art Roku, würde ich mal meinen, oder? Ja. Also aus dem Streaming-Dienst. Ganz klassisch, ja. Genau. Dann haben wir noch TV-Sender, Radio-Sender. Die ganzen Filme, die ganzen Filmproduktionen. Da ist schon sehr, sehr viel dabei. Die Lizenzen der Filme natürlich, wenn man das irgendwo im Fernsehen sieht. Auch das sind Einnahmen, die hier jedes Jahr und jederzeit immer wieder in die Kassen gespielt werden. Also sehr robust dann auch, weil die Filme ja beliebt sind und dann auch im TV, im privaten TV oft gezeigt werden. Und dann, wie du jetzt eben warst, in den Parks. Ja. Die Erfahrungen, die Produkte, das ganze Merch, was wir hier vor uns legen, was zu verlosen ist. Genau. All das ist natürlich ein zweiter Teil. Die Parks und dann aber auch zum Beispiel Kreuzfahrten. Sie haben die nachhaltigsten Kreuzfahrten der Welt, das wird ja auch immer wichtiger. Und die Parks Experience und die ganzen Produkte, auch was ihr hier seht, stehen gerade mal für 24,6 Prozent der Umsätze. Und damit hat Disney im Jahr 2021 16,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Hatte noch Corona-Repressalien, darf man auch nicht vergessen. Also es ist noch nicht ganz hundertprozentig gewesen, im 22er Jahr. Und dieses Jahr geht es ja schon relativ normal weiter, muss man sagen. Und dann geht es, ja, also der Park war brechend voll. Das ist aber, das ist ja auch gut so. Die Leute sollen raus. Das ganze Media steht für 75 Prozent und macht 50,86 Milliarden Dollar aus. Also das ist eine wahre Maschine. Und dann muss man auch sagen, 80 Prozent der Umsätze werden in den USA erzielt. Das muss man sich mal überlegen. 80 Prozent. Das ist eine Wahnsinnszahl. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, hätte man mich, also hätte ich jetzt auf der Kalten nie geschätzt. Ich hätte jetzt durchaus eine deutlichere Aufteilung gesehen weltweit. Aber dass nur Europa 10 Prozent ausmacht von den Umsätzen. Und auch Asien eigentlich bloß 10 Prozent, obwohl Mickey Mouse ja weltweit bekannt ist. Wahnsinn. Also Hut ab, dass da 80 Prozent aus den USA kommen. Das zeigt vielleicht auch noch, wie viel möglich ist, wenn man mal weltweit drauf schaut. Da muss man auch sagen, sie haben eine Bruttomarge von im Schnitt über 40 Prozent. Das ist auch brutal gut. Dann sie haben, sie können super gut mit Schulden umgehen. Ihre Gewinne wachsen. Sie hatten mal eine Dividende. Die haben sie eingestampft zugunsten des Streamingdienstes. Finde ich super, wenn ein Unternehmen einfach mal sagt, so, jetzt ist Schluss. Kein Dividendenaristokraten mehr. Wir müssen uns hier ein bisschen neu erfinden. Der Payout Ratio war immer so bei 20 Prozent. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren hier irgendwann wieder eine Dividende sehen werden. Sie haben Aktien zurückgekauft, aber sie stellen jetzt alles ein. Und jetzt ist für mich auch dieses Ökosystem einfach komplett. Weil du hast diese, die, entweder du, also es ist ja für die Kundenbindung noch viel besser, diesen Streamingdienst zu haben. Das ist ja einfach ein Zubrot, was ein riesen Zusatzgeschäft einfach ist. Ich hatte es ja damals gesagt, wir haben es ja auch verlost, als ich die Tickets gekauft habe. Aber gab es ja erstmal Disney Plus auch kostenlos zum Testen. Wie geil ist das, oder? Ja, und dann bleibst du wahrscheinlich auch drin, wenn du siehst, was es alles gibt und du eh Pellen bist. Das stimmt. Was ist passiert? Natürlich, Corona hat hier eine echte Lücke gerissen gehabt. Denn die Parks waren geschlossen. Und das ist natürlich Wahnsinn bei den Fixkosten, die da auf einen zukommen und dann keine Umsätze liefern. Sehr heftig natürlich auch die Cruises, also sprich die Schifffahrten, die nicht stattgefunden haben. All das enorme Kostenblöcke, die, ja, ich sag mal, getragen und aufgefangen wurden von dem Unternehmen. Und jetzt eben doch wieder nach dem Reopening tatsächlich die Chance hier auch auf alte Größen und vielleicht darüber hinweg zu wachsen. Und ich glaube auch, diese Aktie im Moment, auch in zehn Jahren, hat sie gerade mal 96% Kursgewinne erzielt. Also wir sind hier seit fünf Jahren plus minus null. Und jetzt kommt natürlich auch dieses, klar, wir haben auch gesehen, die hervorragenden Zahlen von Netflix. Ich glaube, Disney wird alles pulverisieren. Ja. Sie haben nämlich auch bekannt gegeben, sie werden auch dieses Freemium sozusagen mit Werbung etc. Und wir hatten es im Vorgespräch schon gesagt, ich glaube, hier ist einfach das richtig Tolle. Sie haben Kinder, die sie ansprechen. Sie binden die, dieser Lebenszyklus ist einfach viel längerer. Bei Netflix, klar, super tolle Serien auch. Aber du kommst bei Netflix erst so im Erwachsenenalter eigentlich hinzu. Klar, auch junge Menschen. In Paris gab es ein Stranger Things Pop-Up-Store. Lange Schlank. Ja, aber dieses von vorne bis hinten ist eigentlich Disney die Marke. Disney für jung bis alt. Ich glaube auch tatsächlich, wir haben hier eine Market Cap aktuell von 180 Milliarden Dollar. Ich glaube, diese Marke ist allein schon viel mehr wert. Wenn ich sehe, dass Porsche 80 Milliarden an der Börse wert ist oder was auch immer sie gerade wert sind, Disney ist viel, viel wertvoller. Disney ist Emotion. Die Leute geben gerne aus. Sie sind glücklich. Ich habe das gesehen auch in den Parks. Sie wollen, ja, sie haben, das ist was ganz anderes. Ja, na klar, ist natürlich ein anderes Gebiet. Das ist eine richtig tolle Geschichte. Jetzt muss man natürlich sagen, du hast gerade von der Entwicklung der Aktie gesprochen. Wir haben jetzt fünf Jahre zwar Stillstand gesehen, weil die Aktie eben stark runtergekommen ist aufgrund der aktuellen Probleme, die eigentlich fundamental gar nicht getragen sind, wenn man so möchte. Denn aktuell ist man nahe des Tiefs der Corona-Tiefs. Das ist natürlich wenig rational, wenn man jetzt mal drauf schaut. Das heißt, hier ist eine gewisse Übertreibung im negativen Sinne. Das heißt, hier könnte eine Unterbewertung schon deutlich erkennbar sein, da man eben, wie gesagt, knapp unter den 100 Dollar tendiert. Aber dort hat man sich vor, also zur Corona-Zeit in der Panik, als alles plötzlich stillstande, als man wirklich keine Umsätze hatte, als man nicht wusste, wie lange wird alles stehen bleiben. Da hat sich der Kurs dort befunden, nachdem wir dann wirklich stark wieder aus der Krise kam. Und ich glaube, das werden wir bald auch wieder sehen, sobald, ich sage mal, so die Tendenzen weltweit wieder ein bisschen positiver sind und der Fear-and-Greed-Index vielleicht wieder nach oben zeigt oder ins Positive, ins grünen Bereich zeigt, dann wird man hier doch relativ schnell eine Outperformance sehen bei The World of Disney. Und ich glaube, dass hier einiges an Kurspotenzial drin ist. Minus 42 Prozent in einem Jahr. Glaubst du, wir sind uns beide einig, niemals gerechtfertigt? Aktuell gar nicht, nein. 180 Milliarden Market Cap ist ein Witz. Es gibt nichts zurück. Es gibt der Disney Plus oder auch die Streaming, die sonst laufen, sehr, sehr gut. Nicht umsonst sagen die Analysten auch, kaufen, zumindest im überwiegenden Teil. Starker Kauf sagt sogar der größte Teil von allen. Also alle sind überzeugt, dass dieses Unternehmen sehr wahrscheinlich unterbewertet ist. KGV 18 für nächstes Jahr. Jetzt kommt auch das mit dieser Werbung. Das wird ja schon bei Netflix wieder gefeiert. Aber Sie können mit Ihren Werbeplattformen dann auch einfach Kinder und Erwachsene ansprechen. Sie haben fokussierte Werbungssätze. Ich glaube, diese Aktie ist eine perfekte Sparplanaktie auf diesem aktuellen Niveau. Tatsächlich würde ich sogar sagen, einmal kaufe, kann sich jetzt gerade richtig auszahlen. Ich habe gekauft erneut im Disneyland. Okay. Bin wieder voll drei dabei. Ja, ich habe dreimal nachgekauft. Mein Einstandspreis ist unter 100 mittlerweile. Ja, habe zweimal auf 100 gekauft, dann einmal etwas, ich glaube 95 Euro. Und tatsächlich freue ich mich darüber. Und jederzeit kann man hier natürlich aufstocken. Die Aktie selber hat schon einen doppelten Boden zumindest gebildet. Wenn der hält, wäre es gut. Allerdings, darunter kann ich mir fast nicht vorstellen. Einfach schon deswegen, weil die Situation nicht schlimmer als zu Corona-Zeiten ist. Denn fundamental ist das nicht gerechtfertigt. Insofern bin ich hier guter Dinge, dass es relativ schnell nach oben gehen könnte. Ich finde, eine tolle Chance aktuell sogar, hier ein gewissen Übergewicht reinzubringen. Und was mir sehr gut gefallen hat, und das fand ich sehr überraschend, denn das ist selten der Fall unserer Community. Du hattest ja gesagt, was haltet ihr von Disney? Und der überwägende Teil, eigentlich alle Antworten. Ich habe nicht einen negativen Kommentar gesehen. Keiner, der gesagt hat, Disney, nee, passt mir nicht ins Depot. Habe ich, habe ich, habe ich auf der Watchlist, finde ich super, kaufen. All das sind so Kommentare, die da damit stattgefunden haben. Also danke auch für das Feedback und für alle, die da mitmachen. Zeigt aber auch einiges und sagt einiges über Disney aus. Damit beenden wir es. Kommt zur Investmentidee. Okay. Ich würde anfangen. Ja. Meine Investmentidee, liest man sehr, sehr viel. Es wird wahnsinnig viel investiert. Eines der größten Verwöhnungsverwalter aus Kanada, nämlich die Brookfield Asset Management. Mit denen habe ich mich die Woche so ein bisschen immer beschäftigt. Und sie hatten jetzt einen Investorentag. Und weißt du, Marcel, wie groß langfristig ihr Zinseszinseffekt ist? Wie viel Prozent sie im Schnitt seit 2002 gemacht haben? Sag's. 19 Prozent. Ja. Brutal. Schlecht, ne? Von zwei Dollar sind sie jetzt bei knapp 50? Nee, 37 sogar. Aber trotzdem, sie haben es geschafft, 19 Prozent. Und jetzt wollen sie, haben sie einen Plan rausgegeben, wie sie von 2022 bis 2027 um 17 Prozent im Schnitt pro Jahr wachsen werden. Und ich glaube, wenn einer 22 Prozent anliefern kann. Und dann haben sie gesagt, Mensch, wie wollen sie das denn machen? Und wir wissen ja alle, wenn man allein zum Beispiel hier mal bei Seeking Alpha eingibt, Brookfield, da gibt es einmal die Brookfield Asset Management, das ist die Vermögensverwaltung, plus diese ganze Verwaltung der Spin-Offs. Und da gibt es zum Beispiel Brookfield Renewable Partners, tolles Unternehmen, sehr, sehr hohe Dividendenrendite, Brookfield Infrastructures, hier wird weltweit in Infrastrukturprojekte investiert. Und sie werden einmal das Brookfield Asset Management und die Brookfield sozusagen das Management der Partner, also die Vermögensverwaltung, sowie die Gewinnabführungsholding, wenn sie Spin-Off, also ein Spin-Off machen, werden das Unternehmen teilen. Und dort werden 90 Prozent aller Gewinne zum Beispiel von Brookfield Infrastructure in Brookfield Renewable Partners dann auch als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Also wenn jemand jetzt sagt, Mensch, ich will da immer mal mich beteiligen, ich hatte nämlich auch überlegt, Mensch, Brookfield Renewable Partners wäre ja geil, da zu investieren, brutal schwer in Deutschland, an Aktien, also auch von den Gebühren her, an Aktien aus Kanada zu kommen, schwierig. Deswegen wäre jetzt meine Idee, Brookfield Asset Management kaufen, aktuell 1,45 Prozent Dividendenrendite, nicht wirklich viel, aber ich glaube, wenn man sagt, Dividendenwachstum mit ein bisschen Kurs, also mit ordentlich Kursgewinn, wenn sie 17 Prozent schaffen, kombiniert, warum nicht, hier mal eine Position aufbauen. Sie wollen das ganze Thema noch bis Ende des Jahres vollziehen und der Kurs brutal auch runtergekommen, minus 35 Prozent, vielleicht auch eine prima Sparplanaktie, kann man auch bei einigen Brokern auch als Sparplan nehmen. Ja, doch, nachvollziehbar. Meine Investmentidee ist diese Woche Denner hier. Denner hier hat Zahlen gemeldet und die waren überwiegend sehr, sehr stark, sehr, sehr robust und trotz des Gegenwindes durch die Währungseffekte, muss man sagen, tolle Zahlen. Der Umsatz stieg sehr, sehr gut um 6 Prozent. Das ist sehr, sehr gut, wenn man bedenkt, dass die Währungseffekte reinknallen in diese Zahlen, keine Frage. Auch die verschiedensten Bereiche sind übertroffen worden. Trotzdem hat man Abverkäufe gesehen, einfach weil bestimmte Erwartungen der Analysten nur knapp verfehlt wurden. Deswegen bei schwachen Marken natürlich heute ein kleines Minus, muss man sagen, von knapp 5 Prozent, wo sie eben zum Donnerstag auch berichtet haben. Und das war für mich eine gute Chance, hier mal als Investmentidee das Ganze mitzubringen. Und auch der Ausblick ist weiterhin top. Man hat eine sehr, sehr positive operative Marge erreicht. 26 Prozent gegenüber den 18 Prozent vom Vorjahresquartal. Da ist auch hier einen deutlichen Anstieg mitgenommen und mit 54 Prozent Wachstum trotzdem sehr gut, aber eben ein bisschen vorbei an den Erwartungen der Analysten. Naja, halb so wild. Die Aktie gerade auf einem günstigen Niveau. Ich glaube, hier kann man auch eine schöne Position aufbauen und dann vielleicht mit einem Sparplan weiter aufbauen. Und tolle Aktie, sehr stabil. Was man ja auch machen kann, ist, ich habe so eine Excel, also Deine hier zahlt ja im Moment eine Dividende von so 0,4 Prozent. Man kann das ja immer so ein bisschen aufschreiben. Und was ich eigentlich auch mal eine ganz schöne Sache finde, es gibt ja Broker, die machen zum Beispiel ab 10 Euro einen Aktiensparplan. Das ist immer, wenn man alle vier Monate Dividende bekommt, die einfach gleich nehmen mit 10 Euro reinvestieren. Ja, könnte man machen zum Beispiel. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass man jetzt die Chance nutzen kann an sich. Wie gesagt, charttechnisch sieht es auch gar nicht so schlecht aus, hier jetzt einen Einstieg zu finden. Und man trennt sich, und das sollte man auch wissen als der Aktionär, man hat das Thema Wasser bald nicht mehr im Depot. Man trennt es quasi raus. Als Aktionär, ja. Ja, als Aktionär schon. Man bekommt natürlich diese Aufspaltung mit raus. Aber wenn man dann nach der Aufspaltung nicht oder erst reingeht, dann hat man natürlich Wasser nicht mehr als Thema mit drin. Aber davon lebt ja auch so ein Denner hier Aktionär, immer von den Spin-offs. Und ganz ehrlich, ich glaube, dieses Thema Wasser, ich würde es einfach nachkaufen. Also ich werde daraus eine volle Position machen. Nö, klingt absolut nachvollziehbar, natürlich. Was soll an Wasser so schief gehen? Nächste Woche gibt es wieder einiges zu berichten. Du wirst nicht viel schlafen, wa? Ich werde wach sein, weil es geht nämlich am Montag schon mit den weiteren Quartalszahlen los. Brown & Brown wird am Abend, also die Versicherungsgesellschaft wird am Abend berichten. Dann gibt es Quadrics-Zahlen, auch am Montagabend. Dienstag wird die Coca-Cola-Kompanie ihre Bücher öffnen. Novartis, UPS, Racine Technologies. SAP wird morgens zeigen, was sie können. GE, 3M, Airliquid wird ebenfalls berichten am Abend. Dann die Big Techs, Microsoft, Alphabet, Visa ist mit dabei. Dann haben wir auch Vinci, Enphase, auch das sehr, sehr spannend. Spotify, auch immer wieder interessant, wie sich da die Entwicklungen so abzeichnen. Mittwoch gibt es Thermo-Fischer-Zahlen, Bristol-Myers-Quibb. Dann ATP wird die Bücher öffnen. Boeing, Waste Management und Boston Scientific. Kraft Heinz, Amphenol, also hier wirklich das Who is Who, der Big-Unternehmen. Meta am Abend, ServiceNow ist mit dabei. Digital Realty, die du schon angesprochen hast. Molina Healthcare, auch wirklich sehenswert. Sehr guter Versicherer im Krankenversicherungsbereich. Dann haben wir Alliant Technologies. Donnerstag morgens noch Mastercard, Merck, Shell, McDonalds, Linde Group. Total Energies, Comcast, Honeywell, S&P Global, Caterpillar, AB Inves, American Tower, Altria. Also eine wirklich wahnsinnige Reichweite. Das wird sehr viel gepostet. Wir sind ja auf Instagram immer da voll dabei, um die Quartalszahlen so früh wie möglich für euch bereitzustellen. Apple wird am Abend berichten noch. Amazon, T-Mobile, US, dann Intel, Chilid, Vertex. Und dann noch Dexcom und auch Vici. Du bist mit dabei. Und am Freitag ExxonMobil, Chevron, ABY, Next Area Energy, Sanofi, Volkswagen, Airbus werden auch berichten in Deutschland. Colgate, Palmolive und so weiter und so fort. Weißt du, wo ich total überrascht bin, wenn ich hier mal so mein Depot-Coker habe? Habe ich schon ewig und bin nur noch 21% im Plus und denke gar nicht darüber nach. Nein, Visa bin ich 93%. Stimmt, machst du mehr. Aliquid. Aliquid, ja. Brutal runtergekommen. Auch, ja. Das stimmt. Selbst wenn jetzt wir in Rezession reinrutschen sollten, klar, dann könnte es für Aliquid auch ein bisschen doof laufen die nächsten Jahre. Aber denkt immer daran, Aliquids Sachen werden als allerletztes abgebaut. Ja. Deswegen könnte das hier vielleicht auch eine Chance sein zum Einstieg. Ja, absolut. Also klar, es kann auch hier Aliquid, also klar kann es dort auch runtergehen, das sehen wir ja gerade, aber es wird nicht so deutlich einbrechen, wie es vielleicht bei anderen. Bei den jeweiligen Kunden vielleicht einbricht. Und das ist der Punkt, dass man hier natürlich robuster durch solche Krisen geht, aber natürlich auch nicht ganz unverschont wird. So, Dividenden gibt es auch am Montag von Megaflex. Mittwoch. 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 Dividenden, Jacobs, Edex, da kriegen wir auch mal wieder, auch brutal zurückgekommen, Footlocker. Und da würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ja. Und da bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Nehmt am Gewinnspiel teil. Ich würde sagen, wir lassen es laufen zwei Wochen. Also nicht erst nächste Woche, sondern auch noch nächste. Also ihr könnt nur noch mitmachen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ach, was ist denn hier, wenn ich jetzt diese Woche kommentiere und nächste. Alle, die kommentieren, sind mit dabei. Nächste und übernächste Woche. Also es gibt nicht nur die doppelte Gewinnchancen, sondern auch die vierfache. Wenn ihr auch auf Instagram mit kommentiert, könnte natürlich passieren, dass ein glücklicher. Ne, das schließen wir aus, oder? Also wenn einer durch irgendeinen Zufall doppelt sozusagen gezogen wird. Es wird nicht doppelt. Es wird nicht doppelt gezogen. So, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Wohlenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao. Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de oder auch in den Show Notes.